Der Reto und ich, wir machen mit euch die letzte Lektion, so mit Film. Das ist ein Film, wo ganz ein Haufen diverse kleine Themen angeschnitten werden, wo euch aber wichtige Hinweise geben sollten für euren Job. Aber nicht nur für das, vor allem für die eidgenössische Prüfung, die vor euch steht. Wir gehen mit euch da Schritt für Schritt durch. Mit dem ersten kleinen Thema, wo es darum geht, so Notfall. Das Vorzubereiten, wir mussten die Prüfung noch mit einem fixfertig ausgefeilten Notfallzettel gehen. Also es ist nicht nur darum, wer ist die Feuerwehr, wer ist unser Feuerwehrkommandant, wer ist unser Polizeikommandant der nächsten Umgebung und wo kommen wir die Rettungssanitäter her, welches Spital bedient unser Gebäude. Sondern es ist auch darum gegangen, der Notfallschreiner, der Notfallsanitär, der Notfallheizungsinstallateur, dass man das alles aufschreibt. Heute hat man das natürlich nicht mehr in so einem Notfallzettel hinein, sondern diese Notfallzettel, das hat man heute alles auf dem Handy. Die Prüfungskommission ist meines Wissens noch nicht so weit, dass das Handy zugelassen ist an der Prüfung, wird aber wahrscheinlich nicht mehr lange gehen. Denn für das hat man heute die Apps. Das ist jetzt ein Screenshot von meinem Handy. Und wie viele andere habe ich auch da so Ordner hinein getan. Und da hat es zum Beispiel ein, das Vodersporn auf der Seite, ein Ordner, der heisst Notfall und Rettung. Und das sieht dann so aus. Und darauf habe ich so ein bisschen die wichtigsten Apps, die wir auch weitergeben in der Grundbildung. Und wo ich euch bitte, dass ihr die Apps abladet. Ich kann euch nicht vorschreiben, dass ihr das machen müsst. Es wäre aber toll, mir Hauswert wäre gerade für den Notfall, weil wir ja für die Sicherheit und fürs Wohlbefinden von den Leuten zuständig sind, wirklich auch vorbereitet, dass wenn so etwas passiert, dass wir handeln können. Und die paar Apps, die sind jetzt auf meinem Handy und ich stelle euch so die gäbigsten, wichtigsten einmal vor. Da ist zum Beispiel die Notfall-App für Schulen, heisst die. Also die hat die Bildungsdirektion vom Kanton Zürich, hat die herausgegeben, die Notfall-App für Schulen. Die sieht so aus. Auf dem App Store findet ihr es nur unter dem. Also nicht irgendwie eine Notfall-App eingeben und dann kommt das gerade, sondern ihr müsst wirklich eine Notfall-App für Schulen suchen und dann habt ihr diese App hier. Und mit dieser App sind extrem viele wichtige Sachen abgedeckt. Also das sind alles Alarmierungs- und Notfall-Apps. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Unfall habt und da drauf drückt, dann habt ihr auch immer gerade den richtigen Notruf, für im Kanton Zürich zu handeln. Automatisch werdet ihr mit den richtigen Leuten verbunden. Die App hilft euch dann im Hintergrund, hat extrem viele Informationen, wie ihr vorwärts gehen könnt, was ihr machen müsst und so. Da habe ich auch schon diverse Lernende gehabt, die mit dieser App wirklich gebraucht haben. Also das Mädchen zum Beispiel ist auf dem Spielplatz umgekehrt, hat den Arm gebrochen. Der Lernende total überfordert im ersten Lehrjahr, hat nicht gewusst, was zu machen und hat dann die Notfall-App gedrückt. Und wo dann der ganze Fall aufgearbeitet worden ist, hat die Polizei sogar der Schuldirektion geschrieben und hat sich bedankt. Und wie gut, dass durch die Lernende Vorbereitung sei, auf seine Aufgabe als Unterhaltspraktiker auf dem Spielplatz, und sie hätte noch nie jemanden gehabt, der mit dieser App so schnell reagieren konnte wie er. Es hat aber auch Bedrohungen, also sämtliche Sachen, die irgendwie bei uns vorkommen im Gebäude. Die Leute leben im Gebäude und darum haben wir auch Todesfälle oder Evakuationen usw. Wir haben immer eine grössere Verdichtung und wir sollten uns sehr gut vorbereiten auf die Notfälle. Wenn man ja dann die Notrufnummer gedrückt, dann wird man verbunden und die Leute auf der anderen Seite vom Telefon, egal wie nervös man ist, die beraten einen ja dann und leiten einen in diesem ganzen Sturm. Aber zumindest die App sollte man doch auf dem Handy haben. Das geht einen Moment, bis die App auf das Telefon zugreift. Ich habe auch schon einen Alarm ausgelöst und das geht einen Moment, ein paar Sekunden, bis das da dann auf das Telefon zugreift hat, die Nummer gewählt hat und so. Die Spannung muss man einen kurzen Moment aushalten und nachher funktioniert das wirklich wunderbar. Das wäre die erste App, die ich euch weitergeben möchte. Die zweite App ist die Aller-Zwiss-App. Das ist die Notfall-App von der Schweiz. Da könnt ihr Kantone einstellen, die ihr wollt. Ich habe jetzt einfach Zürich und Umgebungskantone eingestellt. Momentan haben wir ja die Notlage Coronavirus hier in der Schweiz. Das ist nicht nur eine Informations-App, aber auch, da habt ihr die gleichen Mitteilungen, wie auch auf dem Radio kommen. Ihr habt ja zum Teil Sirenen auf euren Dechnern, auf euren Gebäuden, wo die Bevölkerung alarmieren sollte. Aber das wäre eigentlich auch noch das digitale Pando dazu. Das heisst die Unterstützung, dass ihr die wichtigsten Informationen habt. Und wer jetzt denkt, ja, es ist in Zürich und so, Notlage ist jetzt nicht so schlimm. Gerade letztes Jahr haben wir das gehabt, der Fallwind im Käferberg oben, der unglaublich gewütet hat, den ganzen Wald kaputt gemacht hat. Da ist sofort eine Meldung gekommen, hey, dort dürfen wir nicht mehr sein oder die Hauswarte dort in dieser Umgebung. Hier oben hat ja die UBS viel, die ETH hat sehr viel und so. Die sind sofort alarmiert gewesen, die konnten ausrücken, handeln, haben können evakuieren, was auch immer. Es hat ja zum Glück gar keinen einzigen Tote gegeben, weil der Fallwind inmitten in der Nacht Gott sei Dank gekommen ist. Dann hat es akute Schneefälle gehabt, wie noch nie, seit 100 Jahren. Und die Schneefälle haben es gemacht, dass die VBZ nicht mehr fahren konnten. Auch da ist eine Push-Up-Nachricht auf dieser App. Oder einmal ist rosenroter Rauch in der Kirchverbrennung, Hagenholz, rausgekommen. Auch da ist sofort alarmiert worden und man hat gesagt, die Hauswarte schauen, dass die Türen und die Faust dazu sind, dass die Leute reinbleiben, stellen die Lüftung ab und so weiter. Es ist dann relativ schnell eine Entwarnung gekommen, gesagt, ist alles wieder gut, aber das wird heute alles über die Apps gesteuert. Hierin hat es auch Notvorräte anliegen, es hat verschiedenste Krisen, wo ihr da könnt schauen und machen und tun. Also das ist eine App, wo ich der Meinung bin, das ist ein Muss für alle Hauswerte. Die nächste App, die ich vorstelle, das ist die Notfall-App. Die Notfall-App ist vom SRK und da ist wichtig, dass ihr die Schweizer Version wählt. Also es gibt ganz, ganz Haufen ausländische solche Apps von Österreich, von Frankreich, von weiss ich was alles zusammen und nehmen bitte das mit diesem Icon und die Schweizer App, die dann auch wirklich alarmiert. Auch da sehr viele Informationen, wenn etwas passiert, wie etwas passiert, mit Lagerungen, mit allen möglichsten Handlungskompetenzen, die man dann muss haben, die man kurz und ZEG bereit hat und dann anlesen kann. Und dann noch eine App von der das ist die Echo SOS. Das ist eine Notrufe-App. Es kann ja auch sein, dass am Hauswart etwas passiert und er hat keine Hilfestellung. Also zum Beispiel ein Lehrling, der ist einmal eingeschlossen worden in der Lüftung, weil er die Tür aufgemacht, er hat die riesengroße Lüftung, die man drinnen sauber machen konnte, hat er nicht gesichert und es ist jemand gekommen, hat die Tür zugemacht und er war eingeschlossen in der Lüftung. Oder an einem anderen Ort ist ein Hauswart die Kellertreppen runtergefallen und er konnte nicht mehr aufgehen und es hat niemand gesucht. Und dann ist das eine Alarmierungs-App, wo ihr selber Hilfe holen könnt. Also wo man sieht, wo man auch einen Standort sieht und so, das muss man alles, natürlich all die Apps muss man einrichten, muss man sich bekannt geben und so weiter. Und wenn man das gemacht hat, dann findet dann kann man mit euch funktionieren und haben. Gleichzeitig habt ihr da auch noch ganz so gute Sachen, also von eurem Standort aus, das nimmt euch also den Standort die meisten Apps. Ihr könnt, gibt es euch gerade an, welches ist der nächste Spital, wo hat es Hilfestellung und so weiter. Das ebenfalls ganz so gute Apps. Ich habe da noch mehr Apps. Jetzt, wenn ihr aber das macht, dann bitte ich euch wirklich euch auch registrieren auf diesen Apps. Wir sind ja nicht, wir sind im öffentlichen Dienst. Natürlich, das Ganze ist von dem Moment an, wo ihr das Zeug abladet, ist das scharf. Also das heisst, da kann man nicht ein bisschen drücken und Spiele machen oder irgendetwas, sondern das ist scharf, aber das funktioniert eigentlich einwandfrei, das merken sogar die Lehrlinge, dass man auch mal da drückt, dass dann da etwas rausgeht. Aber man muss keine Angst haben. Wir sind ja der verlängerte Arm, die kurze Zeit, bis die Profis auftauchen, also die Feuerwehr, die Polizei und die Rettungssanitäter. Diese kurze Zeit sind wir verantwortlich im Hausdienst, dass die Leute sicher gerettet werden, sicher behandelt werden, dass sie sich wohlfühlen etc. und für das sind wir eben auch bekannt. Und man muss sich da registrieren, man muss seine Angaben angeben. Ich habe einmal einen Alarm bei der Rega gemacht und bin nicht registriert gewesen. Das ist sehr ärgerlich gewesen für die Rega. Sie hat mich dann gebeten, am Telefon jetzt bitte die Registration zu machen, nicht nur die Alarmierung, weil der Helikopter kann in dem Moment, wo ich mich registrieren lasse, eben mich orten und mich finden und dann können sie mich zielgenau anfliegen. Und das habe ich dann sehr schnell noch gemacht, habe wieder das Telefon aufgehängt und so weiter. Rega hat mich dann wieder angerufen und tatsächlich der Helikopter musste nicht suchen, der ist zielgenau genau dort, wo ich war, mich angeflogen und konnte landen und alles machen, was man musste. Also wenn ihr die App installiert, dann macht es richtig oder macht es gar nicht. Dann noch einen weiteren Aufruf, wir arbeiten heute modern und ich bitte euch auch in eurem Betrieb, dass ihr diese Sachen modern weitergebt. Das heisst, dass ihr das so weitergebt, dass möglichst viele die Notunterredungs-App haben. Also euer ganze Team sollte die Apps auf dem Handy haben, eingerichtet, ausgerüstet und so weiter. Das dauert nicht sehr lange, wenn ihr da mit den Lernenden oder mit eurem Team dran sind, einmal an einer Weiterbildungstag oder so, dann habt ihr das gemacht in einer Viertelstunde, 20 Minuten, so die wichtigsten Apps, die ihr wichtig findet. Aber nachher sollte man ja das eigentlich nicht mehr brauchen. Also es braucht einfach Speicherplatz und so nichts, aber es ist trotzdem sehr eine wichtige Sache, dass ihr vorbereitet seid und in Richtung reagieren könnt. Dann, was ist PSA oder das Material an der eidgenössischen Prüfung Arbeitssicherheit werdet ihr Hauswert ja überhaupt nicht unterrichtet und trotzdem wenn ihr schaut in eurer Handlungskompetenz in eurer Wegleitung, dann ist es doch ein Thema, das unglaublich gross ist und wo ihr aber nien bei uns unterrichtet werdet. Und weil wir immer wieder Prüfling antreffen, die an die Prüfung kommen, wo wir nicht wissen, mit den weissen Turnschuhen zu erscheinen und dem Kapuzenpulli und so ist halt dann vielleicht nicht unbedingt das Richtige für einen eidgenössischen Hauswart. Also ein Hauswart stellt heute etwas dar. Man möchte eine Person natürlich mit Ecken und Kanten aber auch so, dass wir professionell ausgerüstet sind und auch die PSA, an der darf es nicht liegen. Jetzt denkt ihr, ja, ist ja lächerlich, haben wir schon gehabt und so. Jetzt nur schon das Thema Handschuhe. Ihr könnt nicht mit einem Handschuh an die Prüfung gehen. Also ein Gartenhandschen ist auf jeden Fall wichtig. Bitte nicht ein Lederhandschen nehmen, bitte, bitte, sondern ein Textilhandschen, den man auch waschen und den ihr sauber können arbeiten. Dann braucht ihr zum Glas schneiden oder Plättchen schneiden, braucht ihr so ein Schnittschutzhandschen, etwas ganz Feines, aber man muss ja dann auch ganz fein arbeiten. Darum ist es gut, das könnt ihr nicht mit dem Gartenhandschen machen, der grob und dick und tornefest ist, sondern da müsst ihr etwas haben, das schneidenfest ist. Dann braucht ihr ein Handschuh für WC-Reinigung oder auch zum Dosieren, der Gummihandschuh sozusagen, der grosse und dann braucht ihr Wegwerfhandschen also für eine Unterhaltsreinigung und so ziehen wir ja nicht den an, sondern können so ein Einweghandschen anziehen und da reicht vielleicht auch nicht nur zwei es kann ja sein dass ihr drei Reinigungen machen und überall braucht ihr den Wegwerfhandschen oder den Einweghandschen und dann braucht ihr 6-8 Pärchen von diesen Händchen das würde ich nicht sparen aber Händchen ist immer wieder etwas wo man sieht das kann der Hauswart noch lange nicht nochmal zu dem Lederhandschen der Narben Lederhandschen der ist längst überholt heute haben wir Händchen alles waschen wenn der Berufsinspektor schaut zum Fötzeln und so ist immer noch der Lederhandschen im Betrieb Warzen Pilze Bakterien Viren was immer alles dort hat das sind typische Ansteckungskrankheiten aus dem Händchen heraus vielleicht habt ihr jetzt schon Nagelpilze oder irgendwelche Sachen auf euren Händen und das weitergeben und verschleiken ist nicht so eine gute Sache dann braucht ihr Arbeitsschuhe ja wir brauchen Zeienkappenschuhe ich weiss schon aber ihr braucht nicht nur Zeienkappenschuhe sondern ihr braucht einen Schutzklasse 3 Schuh das ist jetzt einfach so ein Bild von einem Schutzklasse 3 Schuh der hat einen Zeienkappe das ist der Sicherheitsschuh so wie man ihn kennt dann einen Durchstichschutz unten und er muss elektrostatisch ableitend sein er muss auch technische Arbeiten machen und er chemikalienresistent sein unten an der Sohle das ist eben ein Schutzklasse 3 Schuh so ein Schuh ist heute komplett metallfrei der hat weder eine Stahlkappe noch eine Aluminiumplatte unten sondern das ist heute aus Carbon und Kevlar weil das sehr bequem ist elastisch und so Carbon und Kevlar kennt ihr vielleicht Uni Hockeystock oder Dörffahrer Protektoren und so das ist alles aus Carbon und Kevlar so einen Schuh im Internet bestellen oder irgendwo beim Land holen ist sehr schwierig weil die kommen gar nicht draus was wir wollen wenn ihr in Jumbo geht und sagt ich gerne Schutzklasse 3 Schuh dann gibt es das nicht wirklich es ist Schutzklasse 3 kennt die gar nicht sondern das muss man bei einem Spezialist ein Schuh sollte bequem sein gerade für die eidgenössische Prüfung nicht dass euch die Hüfte wehtut schon am Nachmittag nur weil ihr einen neuen Schuh gekauft habt sondern ihr solltet den an probieren und so Stiefel kann sein dass ihr braucht wenn ihr ganz nass arbeiten oder wenn es so wahnsinnig regnet das hat es so wahnsinnig geregnet dass Garten arbeiten gut wäre ein Gummistiefel zu machen weil es einen richtigen Sumpf gegeben kann sein ich würde es einmal mitnehmen dann braucht ihr ein kleines Gehörschutz nichts also ich würde nicht natürlich kann man den Kapsel Gehörschutz mitnehmen wenn so was weil ihr einfach mit kleinen Handmaschinen arbeitet mit kleinen Handmaschinen ist gemeint so ein Winkelschleifer zum Blätten ausschneiden und so dort würde sich allenfalls auch empfehlen Schutzmasken also nicht Hygieneschutzmasken anzutieren sondern richtige Schutzmasken eine Staudmaske Schutzklasse 1 oder Schutzklasse 2 und eben dann braucht ihr allenfalls so ein Bügel ich habe es erlebt dass Leute an der Prüfung das Bügel angekommen haben damit sich konzentrieren weil ihr wisst nicht nebendran steht vielleicht einer der sehr laut spricht der Lärme macht der ausruft der immer mit sich spricht die ganze Zeit dem Experten erzählt was er jetzt macht jetzt nehme ich das Schraubli und das schraube ich in die Akkubohrmaschine rein und schraube ich das an also da gibt es nichts was nicht gibt und wenn ihr nebendran konzentriert werdet arbeiten empfiehlt sich es vielleicht dann auch Gehörschutz Fröpfe rein zu tun sodass ihr Ruhe habt und eure Sachen machen wenn 20 30 40 Leute im gleichen Raum arbeiten dann kann das schon sehr laut sein und dann ist man froh man hat ein bisschen Ruhe ihr braucht die Schutzbrülle da braucht ihr nur eine es empfiehlt sich eine spiegelfrei zu nehmen also eine die nicht allzu fest spiegelt die Schutzbrülle ist nicht nur beim Dosieren bei der Reinigung oder bei der Reinigungs Arbeiten gefragt dort muss chemikalien resistent sein sondern eigentlich bei allen Arbeiten beim Gebäude unterhalb Praktis Glas schneiden Blätchen schneiden Leimen was auch immer die Schutzbrülle ist eigentlich immer an natürlich kann man noch so mit den Alten daher kommen und sie sollten einfach nicht wirklich sauber sein sie sollten nicht verkratzt sein sie sollten nicht dumpf sein nur eine Schutzbrülle anzuhören damit man nichts sieht das ist überhaupt nicht die Idee natürlich es gibt keinen Abzug wenn eine verkratzte Schutzbrülle aber es gibt einen Eindruck und ihr müsst den Experten überprüfen dass ihr Fachleut werdet denkt daran der Brüllenträger der muss ebenfalls Schutzbrülle tragen über Brülle hinein ich habe euch einen Shop anzuhören natürlich ist das Werbung aber es ist der einzige den ich kenne und wenn jemand jemand kennt bitte sofort melden das ist die drago trading ag oder drago.ch dort findet ihr der vertreibt nur PSA macht nichts anderes als PSA aber beliefert den Flughafen die SBB alle grossen weil der Gepäckservice braucht ganz andere Händsche wie die Reiniger oder die Glockenführer oder so und der kommt auch richtig draus bei dem kleinen Shop in Valisele das ist also nicht im Glattzentrum oder so in dem kleinen Shop in Valisele kann man solche Schuhe anprobieren bis man die richtigen hat dann kann man vorbeigehen und sonst ist es sehr schwierig jemanden zu finden mit PSA den ihr könnt brauchen wenn ihr noch sagt ihr seht Hauswerte und ihr wählt die eidgenössische Prüfung dann weiss der genau was ihr braucht an der Prüfung und er gibt wahrscheinlich auch noch Rabapp ist sehr sehr gute Firma und wenn ihr die Preise anschaut auch schon im eShop dann werdet ihr sehen so billig Handschuhe habe ich noch nie gekauft und Handschuhe ist etwas was man gut im Internet bestellen weil es nur da sml xl und so und das kann man ja gut so bestellen aber Schuhe würde ich jetzt für Prüfung nicht übers Internet bestellen sondern würde ich jetzt vor allem müssen bequem sein weil dass sie sicher sind und dass sie Schutz Klasse 3 sind das ist bereits bekannt ihr solltet irgendwelche Arbeitshosen haben wenn ihr einfach nur mit Jeans kommt kann man machen gibt sicher keinen Abzug aber ihr solltet im Dreck kommen knindeln bepflanzungen machen ob es Schnitt Schutzhosen braucht oder nicht das ist euch überlassen allenfalls kann man mitnehmen wenn ihr mit der Motorsage arbeiten dann müsst ihr das sowieso wobei solche Sachen dachten ich müsste die Prüfungskommission angeben einen Helm hat es jetzt noch nie gebraucht weil an der Prüfung arbeitet niemand über euch und ihr müsst euch nicht so wahnsinnig bucken dass ihr anstossen das hier sind die neuen Helme das sind Anstoss Kappen allenfalls könnte man so eine Anstoss Kappe mit Prüfung nehmen was braucht ihr zum arbeiten ihr müsst selber einen Meter mit nehmen also entweder so einen Schweden Meter oder so einen Kunststoff Meter beide Meter sind sicher geeignet aber nicht irgendeinen Lölimeter wo ihr nicht könnt 1,20 oder 2 Meter auseinander klappen ohne dass es wieder zusammen leitet ihr müsst allenfalls Pflanzen einteilig machen oder eine Schnur spannen oder Sachen sauber anzeichnen und da bitte ich euch entweder so einen Schweden Meter oder so einen Kunststoff Meter zu kaufen bitte geht an Prüfung mit mehreren Bleistiften nicht mit einem Bleistift sondern mit mehreren wenn euch der Spitz abbricht natürlich kann man dann Spitzler ich würde auch so einen Spitzler mitnehmen aber wenn man einfach den nächsten Bleistift nehmen und keine Zeit verliert mit Spitz oder einen Spitzer suchen Trüfungsgebiet umeinander hüsteren weil man nicht mehr anzeichnen oder nicht sauber anzeichnen das wäre sehr blöd was ich euch auch empfehlen ist so ein fineliner ein wasserfester Folien Schreiber Projektor Schreiber hat das früher geheissen mit dem kann man sehr gut Glas und Blätter anzeichnen das werden wir zeigen im Kurs das ist hervorragend weil das dann eine saubere Markierung gibt dann wenn man einen Blastift hat sollte man auch einen Gummi dabei haben weil dass man Fehler macht an der Prüfung Sachen falsch anzeigen das wird hoffentlich nicht so sein aber es ist ja dann gleich so also das sind die Sachen wie ihr ausgerüstet kommen was ich auch empfehle ist so einen digitalen Spannungsprüfer da habe ich gerade das Modell aufgezeigt auch das eine kleine Werbung aber die Richtung zu finden ist noch schwierig das ist ein sogenanntes Voltmeter oder Spannungsprüfung wir arbeiten nicht mehr mit dem kleinen Schraubenzier denn dort läuft der Strom über unseren Körper dass das Glüh Glimm Ding tut was in dem Spannungsprüfer sondern wir arbeiten mit dem Voltmeter deshalb weil der misst die Volt und er ist etwa einen Meter lang und da drin hat es auch Batterien das heisst ich komme mit Strom wenn es keinen Strom hat ich habe da vorne ein kleines Taschenlampel ich muss nicht irgendwie das Nattel in das Mool nehmen damit ich nichts falsch mache spielt keine Rolle ob ich zuerst bei den Phasen gehe und beim Null Leiter oder was auch immer es zeigt mir immer alles an es hat eine Lämpel und es hat eine Anzeige wie viel Spannung es drauf hat und es ist gleichzeitig auch ein Durchgangs Prüfer also wenn ihr jetzt einen Stecker montieren zum Beispiel Typ 12 oder und dann nachher überprüfen ob das auch wirklich funktioniert dann macht er auch Ton er macht dann so Piep und so und das ist sicher das richtige Modell es gibt da auch ganz verschiedene es gibt im Jumbo auch irgendwelche die haben dann aber zum Beispiel keinen Ton die haben keine zu wenig Lämpchen ja Lämpchen zwar alle aber keine Taschenlampe und so weiter und das ist dann alles halt nicht so gebbig wie Voltmeter da dann müsst ihr ja eure Gartenschere mitnehmen euer Sägel um zu arbeiten und da sind bereits instruiert worden das ist euer Werkzeug da kommt man mit seinen geschärften Sachen damit man sich nicht ärgert weil dann etwas nicht mehr haut oder die Zähne weg hat und was auch immer dann ebenfalls noch mitnehmen alles rund um für eure Präsentation das wisst ihr aber schon alle dabei haben also ihr habt ziemlich viel Material eine Sporttasche grosse Sporttasche volle mit Kleidern Schuhe Gehörschuhe Brüllen Händchen ganz und Haufen so dass ihr an der Prüfung können arbeiten wenn wir schon dran sind an Prüfung noch schnell für die theoretische Prüfung ihr solltet Kugelschreiber mitnehmen und ich empfehle euch auch da mehrere Kugelschreiber mitnehmen also nicht einen und es sollte Kugelschreiber sein der gut schreibt und ich habe es auch schon gehabt ich an die Prüfung zu schreiben und dann geht der Geist auf dann kann ich den nächsten nehmen und ihr werdet sehr viel schreiben in der Regel lange den Kugelschreiber aber wenn er nicht tut dann ärgert euch nur noch und dann gibt es ganz sicher einen anderen Kollegen der Kugelschreiber vergessen Kugelschreiber wir gehen mit blau oder schwarzem Kugelschreiber etwas anderes ist nicht zugelassen blau oder schwarz die Kugelschreiber die man kümeln sind nicht zugelassen nicht um euch zu ärgern oder ich habe noch die Prüfung machen mit den Kugelschreiber aber die Prüfungskommission hat in all diesen Jahren gemerkt dass die Flüssigkeit oder die Farbe die man kümeln vergilbt und Prüfungen gar nicht mehr sehen also wenn man die Prüfungen später zum Archiv aufnimmt dann ist dort nichts mehr drauf und somit eigentlich Prüfung ungültig und schlecht für den Prüfling also das geht rein um das Archivieren darum kann man mit diesen Sachen nicht arbeiten ich empfehle einen Maßstab ihr müsst mit grosser Wahrscheinlichkeit etwas zeichnen etwas messen etwas übertragen ihr werdet mit Skizzen machen also ich empfehle euch einen Maßstab mitnehmen dann empfehle ich euch ebenfalls ein paar wenige Farben mitnehmen wenn ihr etwas einzeichnen und nur schwarze oder blaue Kugelschreiber habt und ihr müsst heiße und kalt Wasser eintragen oder ihr müsst den pH Wert oder neutral reiniger alkalische reiniger und saure reiniger eintragen dann ist es doch sehr viel besser man macht das mit Farben ihr müsst eurer theoretischen Prüfung den ersten Experten überzeugen dass ihr gut seid und sobald solche Sachen auftauchen wie Farben wie eine saubere Skizze wie richtig Schreiber usw. ich auch schon Prüfungen korrigiert man darf auf das nicht Rücksicht nehmen aber man macht es automatisch im Unterbewusstsein merkt man hey der Mann hat sich Gedanken gemacht der ist ein Profi der ist gekommen ausgerüstet mit Material und so und man hat Tendenz dann automatisch anfangen das zu honorieren und euer Erstexperte wird das Ganze sehen und wird sagen wow super da kommt jemand ausgerüstet Das Taschrechner Handy Rechner ist nicht erlaubt ich empfehle euch einen mit genug grossem Display so dass ihr Strom und Licht haben also ich meine Solar Zellen damit ihr wirklich auch arbeiten und ich empfehle allen die nicht so geübt sind mit dem Rechner einen möglichst einfachen simpler Rechner die die schwierigen Rechner gewöhnt sind und auch mit dem rechnen die Maschinen mitnehmen und allen anderen empfehle ich einen ganz einfachen mit grossen Tasten damit man sich nicht vertippen damit man die einfachen Rechnungen machen kann Es bringt auch nichts wenn ihr den Rechnungsweg alles auf dem Rechner macht also die von euch die Schreiner gelehrt haben und so wir können alles auf dem Rechner hinterlegen und wiederholen und bringen und so aber ihr müsst an der Prüfung den Rechnungsweg aufschreiben also nur ein Schlussresultat hinschreiben ist eben nicht gültig es gibt keinen einzigen Punkt auch wenn das Resultat richtig ist sondern ihr müsst den Rechnungsweg hinschreiben auch wenn ihr alles speichert hinten dran so ist das nichts wert gut die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung Arbeitssicherheit ihr habt einen Teil der Befragung die ihr eine Präsentation machen geht nicht nur über eure Gebräude sondern sind auch Arbeitssicherheits Sachen und alle Jahre kommen an der mündlichen Prüfung die Arbeitssicherheits Sachen an der mündlichen Prüfung ein Teil kommt auch an der schriftlichen Prüfung zum Beispiel Telefonnummer Rega Polizei und so weiter das kann ein Zeug wo man ganz einfach lernen und einfach wissen aber wenn etwas passiert sind das immer gross vernetzte Aufgaben und da muss man sich vorbereiten die 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 Sport schauen oder die in der letzten Zeit Fernsehen haben die wissen da gibt es die lebenswichtigen Regeln von der Suva und die Schweiz macht unglaublich eine Sache also da haben wir Lernprogramme und so weiter wo wir auch mit allen können lernen also die Schweiz hat ihre Aufgabe gemacht jetzt müssen nur noch alle Fachleute und ihr möchtet solche Fachleute werden oder ihr möchtet den Fachausweis können müssen auch die Regeln können können und die Regeln die tut man bei euch an der eidgenössischen Prüfung überprüfen das sind Lernprogramme heutzutage von der Suva da schicken wir euch nachher den Link zu und die Lernprogramme funktionieren ganz einfach also ihr kommt den Link über ihr drückt da auf Start natürlich ihr seht das ist der Hauswart abgebildet wir wir sind Instandhaltungs Fachleute und wir müssen die Instandhaltung bieten und da hat die Schweiz offensichtlich acht lebenswichtige Regeln gemacht jetzt wie kommen die auf die acht Regeln in der Schweiz ist kein grösserer Unfall undokumentiert also weil wir ja Unfall Versicherung vorgeschrieben haben werden alle Unfall gemuldet und die Schweiz hat unglaublich viel Daten und hat anhand von diesen Unfall die passieren bei uns in Standhaltung ein Lernprogramm entwickelt an was sind die Leute verunfallt und Achtung da geht es jetzt überhaupt nicht darum dass wir uns nicht schneiden oder Finger einklemmen oder spiessen haben oder so sondern das sind lebenswichtige Regeln also bei all diesen Arbeiten sind schon leider Leute gestorben oder so schwer verunfallt dass sie zurück in Arbeitsalltag und das alles will man nicht also es geht um die ganz groben Fehler um die ganz groben Fehler und ich bitte euch das auch nicht einfach wegschieben und sagen das interessiert mich nicht da mache ich nicht mit und so sondern die lebenswichtigen Regeln sind so wichtig dass ihr eben weiterhin könnt euren Job machen ihr sehen noch schon das Bild das hat ein Fotograf gemacht Händchen zum Schlösschen anmachen und so weiter also das nimmt man alles ganz ernst und so sieht eigentlich die Schweiz ein Fachmann Betriebsunterhalt oder eben ein Hauswart beim Schaffen Schutzbrille an auch wenn er nicht am Reinigungs Dosieren ist Händchen an Anstoss Kappe an und er macht Schlösschen mit seinem Namen fixieren das zweite Lernprogramm das wir durchgegeben sind die zähle lebenswichtigen Regeln Gewerbe und Industrie weil das einfach noch unterstützend das unterstreicht was wir in unseren Gebäuden auch sonst leben in den Werkstätten mit den anderen Berufsgruppen zusammen die zwei Lernprogramme sind für euch wichtig zu lernen wenn ihr startet kommt ihr dann auf das Menü und hier oben hat es drei Raster es hat dann aus dem Leben gerissen das ist so ein Film den ihr auch sehen bei der Werbung oder so im Schweizer Fernsehen dann habt ihr die Gefahren Situationen wo ihr die Gefahren zuerst lernen oder die lebenswichtigen Regeln und dann habt ihr das Safety Challenge mit Punkt das Lernprogramm ist das ihr euch überprüfen das redet mit euch das Programm ihr werdet durchgeführt Schritt für Schritt Punkt für Punkt mit der Zeit ist immer das gleich aber man kann mit Zeit auch den Ton ausschalten wenn man so weit ist dass man fast alle Punkte hat die man braucht also die Gefahren Situationen drückt drauf und dann kommt ihr noch Loupen über und ihr könnt dann schauen was gefährlich ist natürlich wir zuerst wieder start drücken und so und dort wo ihr etwas gefährlich findet könnt ihr bleiben und dann sagt euch das Programm ganz kurz was die lebenswichtige Regeln ist und dann hat es Hintergrund Informationen also zum Beispiel das mit den Leitern das ist in der Prüfung 2020 kam die die den Schlussbericht lesen und da hat man sehr gut über die Leitern Bescheid wissen also zum Beispiel hat man die Leitern gedrückt dann kommt da sicher uns gegen Absturz und dann hat es mehr Hintergrund Informationen die mehrere Seiten die man selber lesen und alles wissen wo man da rund um die Leitern eben lernen und lernen und wenn ihr das habt und gelehrt habt und sicher sind dann könnt ihr eine Regel um die andere oder Gefahrensituation raussuchen und durchgehen wenn ihr nicht mehr wisst wie weiter da oben macht man das zu und dann sucht man die nächste Regel man kann auch oben drauf drücken wobei dann ist alles wieder weg also wenn ihr auf der Gefahrensituation weiter schaffen dann muss man wieder zu machen es bringt nichts wenn ihr auf den Safety Challenge geht ohne dass ihr die Gefahrensituation nicht wirklich gelernt habt denn der Safety Challenge ist eigentlich einfach eine Überprüfung von eurem Können Safety Challenge oder das Lernprogramm fängt dann so an und ihr drückt auch wieder Start hier oben gibt es eine Punktzahl die Punktzahl geben wir euch bekannt und ihr könnt das langsam mittel oder schnell machen wenn ihr die Punktzahl will die wir empfehlen zu machen also es geht um die lebenswichtigen Regeln und da sollte eigentlich eine Hauswart gar 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 keine Fehler mehr machen also ihr sollt nicht so schlimme Sachen machen dass er in Lebensgefahr schwebt so möchten wir gerne dass ihr das schnell macht das Lernprogramm aber macht es zuerst mal langsam durch es werden hier einblendet und ihr müsst entscheiden ist das gefährlich oder ist das nicht gefährlich das sieht dann so aus also ist das gefährlich oder ist das nicht gefährlich und dann stopp drücken und wenn ihr da dann stopp drückt weil das ist gefährlich und es ist schon gar nicht der Hauswart der das macht dann könnt ihr da drücken oder wenn das Bild oder die Situation gut aussieht und ungefährlich dann drückt ihr nicht wenn drückt und es ist etwas passiert dann ist es eben lebensgefährlich und ihr könnt dann die Situation analysieren auch das eine gefährliche Sache und ihr könnt die Situation analysieren und habt dann immer mehr Punkte natürlich das Lernprogramm bringt nur etwas wenn ihr keine Fehler machen respektive dass ihr keine ganz grobe Fehler machen sonst bringt das Programm gar nichts wir schicken euch den Link zu der Reto und ich für die beiden Programme das heisst es gibt acht lebenswichtige Regeln für die Instandhaltung das ist unsere Sache wir möchten gerne dass ihr wenn ihr im Praxiskurs kommt ihr Zertifikat bringt mit 100.000 Punkten drauf was heisst Zertifikat immer wenn ihr durch sind dann könnt ihr ein Zertifikat könnt euren Namen eintragen das kann man euren Namen drauf tragen und drauf hat eine Punktzahl jetzt wenn drauf eine Punktzahl steht 1000 dann weiss ich genau der macht immer noch so grobe Fehler dass er nicht wirklich arbeiten lassen sondern ich möchte gerne dass er das schnell und ganz ohne Fehler und darum möchte mich gerne dass ihr das nächste Mal wenn ihr kommt an Praxis kurz vor Ort uns zeigen dass ihr ein Zertifikat habt mit 100'000 Punkten dann sind ihr bereit für die mündliche Prüfung egal welche Situation das kommt ob Arbeiten an Elektro ob Leitern ob Tankrevision ob Schweissen oder was auch immer da kommt ihr seid vorbereitet für die mündliche Prüfung und wir wissen ihr könnt das ergänzend dazu sind die lebenswichtigen Regeln Gewerbe und Industrie dort sind es ein wenig mehr PSA Fragen dazu und dort sind es 122'000 Punkte die wir gerne von euch wollen natürlich ihr seid selber gross genug ihr müsst selber entscheiden ich kenne kein besseres Programm das euch so gezielt auf die mündliche Prüfung vorbereitet wie die beiden Programme wenn ihr die beiden Programme mit dieser Punktzahl abschliesset dann sind ihr vorbereitet für die mündliche Prüfung und es kommen keine andere Fragen es ist wirklich genau das kommt in den lebenswichtigen Regeln die Schweiz gibt Millionen aus für die Kampagne Lernprogramme und Werbung und alles zusammen und deshalb werdet ihr an einer eidgenössischen Prüfung auch überprüft ob ihr das wirklich könnt also beide Zertifikate bitte nächstes Mal wenn ihr im Praxiskurs könnt kurz zeigen wir schaut das gerne an und wir freuen uns einfach mit euch wir nicht kontrollieren es gibt keine Noten und nichts wir freuen uns einfach mit euch dass ihr keine so grobe Fehler mehr machen dass dann schicken wir euch einen Link zu respektive drei Link zum Thema Messschieber der Messschieber ist eine Instruktion die ihr machen könnt das heisst ihr könnt den Messschieber einsetzen selber ihr könnt den brauchen für ganz diverse Arbeiten im Gebäudeunterhalt aber ihr könnt auch das wählen und sagen ich möchte das gerne instruieren wenn es euch beim Gebäudeunterhalt der Messschieber hat verschiedenste Sachen und wir schicken euch drei Links zwei YouTube Video nicht von uns sondern von so Instruktions Video und dann noch einen Link mit der Möglichkeit dass ihr das selber machen könnt also dass ihr selber könnt am Computer das machen wenn ihr jetzt keinen Messschieber zuhause habt sondern das kann man heute digital machen mit dem digitalen Programm ihr könnt das messen es euch genau erklären wie ihr das machen ihr könnt das vergrössern dass ihr auch Zahlen seht oder die Blinden wie ich die Brille brauchen könnt das vergrössern und dann kann man das abmessen und dann kann man den Wert eingeben und das teilen prüfen also wir treffen uns jetzt dann nochmal an Teams ihr könnt alle Fragen die es gegeben hat jetzt mit dieser Instruktionslehre die wir euch per Video aufgenommen haben könnt ihr nochmal fragen dann schicken wir euch die lebenswichtigen Regeln der Instandhaltung die lebenswichtigen Regeln Gebäude und Industrie zwei YouTube Videos zum Thema Messschieber und dann das Lernprogramm Messschieber und dann haben wir dann unser morgen bereits bestritten bis nachher wieder auf Teams zu der abgemachten Zeit danke viel mal